Ja, ich möchte heute von meiner Erfahrung mit der Charta in der Organisationsentwicklung berichten. Mein Name ist Peter Schneiders, ich bin Fertigungsleiter bei der Firma PERI in Weißenhaum. Kurz ein paar Worte zu der Firma PERI. Die Firma PERI ist Hersteller von Betonschalungen und Gerüst und bietet das Engineering, um diese Produkte dann anzuwenden. Mit den Produkten und dem Engineering entstehen dann ganz komplexe Bauwerke, wie man hier sieht, also Wandschalung, Deckenschalungen, Gerüstsysteme. Es ist sehr viel auf einer Baustelle im Einsatz und damit entstehen eben, wie gesagt, neue Gebäude. Wer kennt dieses Gebäude? Bitte? Richtig, das Seimler-Kreisler-Museum in Stuttgart, was mit PERI gebaut wurde und hier natürlich ein sehr komplexes Bauwerk entstanden ist. Genau so entstehen Bauwerke in der ganzen Welt, wobei die Firma PERI ihre Zentrale in Weißenhorn hat und hier auch die Produktion sich befindet. Hier verarbeiten wir Holz, Aluminium und Stahl in den verschiedenen Fertigungsstufen natürlich. Und wir haben die Charta 2011 eingeführt oder kennengelernt zunächst und möchte Ihnen kurz berichten, wie wir das gemacht haben. Dazu kurz die Hierarchiestufen in der Fertigung oder im Werk. Werksleiter, der graue Balken, wie gesagt, der Fertigungsbereich mit Fertigungsleiter, Segmentleiter, Meister und Teamleiter. Meine Position, wie gesagt, Fertigungsleiter, direkt dem Werksleiter unterstellt. Und wie gesagt, 2011 haben wir begonnen, mit den ersten drei Führungsebenen am Fertigungsprozess selbst die Verbesserungskarte kennenzulernen mit externer Unterstützung und haben hier selber Verbesserungen vorgenommen, um die Verbesserungskarte selbst kennenzulernen und zu testen. Danach folgte die Qualifizierungsphasen. Zunächst einmal wurden die Segmentleiter dann zum Coach ausgebildet mit externer Unterstützung und die Segmentleiter haben dann ihre Meister in der Verbesserungskarte entwickelt. In der dritten Phase wurden die Segmentleiter in der Second-Coach-Rolle qualifiziert durch externe und interne Unterstützung. Die Meister zum Coach und die Meister haben jetzt die Teamleiter in der Verbesserungskarte qualifiziert. Seit November haben wir jetzt die ersten Gruppen schon in der Routine, das heißt ohne Unterstützung. Es ist also tägliches Arbeitsmittel geworden. Noch nicht alle Bereiche sind soweit, aber die ersten Gruppen, wie gesagt, sind schon in der Routine. Anwendungsbereiche, wir haben uns schwerpunktmäßig nur für Fertigungsprozesse konzentriert, weil die natürlich, sagen wir mal, wiederkehrende Prozesse sind, wo man auch bei jedem Schritt sehr gut erkennen kann, welchen Erfolg man dabei erreicht hat. Also das ist ein Riesenvorteil. Hier haben wir also den täglichen PDCA-Zyklus etabliert und die Zielzustände sind herausfordernd und lösungsfrei und lösbar, wie es eben wichtig ist. Also hier funktioniert CARTA sehr gut, haben wir auch sehr viel Erfahrung gesammelt. Daneben gibt es die klassischen Projekte, die charakterisieren sich ja dadurch, dass sie einmalig sind, von wegen Wiederkehr und ist nicht so, hoffentlich nicht so häufig, werden mit Meilensteinen sozusagen geführt. Die Lösung ist klar bekannt und der Weg zur Lösung wird geplant und wird genauso abgearbeitet. Da gibt es so ein Projektmanagement. An der Stelle ist CARTA vielleicht nicht ganz so geeignet. Da gibt es aber noch den Bereich der strategischen Projekte. Ich habe sie mal so charakterisiert, die sind zwar auch einmalig, aber sie sind ähnlich wie die Fertigungsprozesse und die Zielzustände in den Fertigungsprozessen herausfordernd, lösungsfrei und lösbar. Darum stelle ich die Frage, warum können wir hier nicht die CARTA anwenden und will das hier jetzt nochmal kurz vorstellen? Also meine These, die Anwendung der CARTA auch bei strategischen Projekten am Beispiel der Organisationsentwicklung mal ausprobiert sozusagen, die Anwendbarkeit der Verbesserung CARTA und die Coaching CARTA überprüft und zum Schluss möchte ich meine Erkenntnisse nochmal zusammenfassen. Als Projekt Neuorganisation der Fertigung. Ich habe das Projekt als Mentee bearbeitet und wurde vom Herrn Göckelmann, dem Werksleiter, gecoacht. Wir haben unsere Standardformulare verwendet, die wir auch in den Fertigungsprozessen verwenden. Also einmal das T-Formular, in der die Herausforderung formuliert ist, der Ist-Zustand und auch der angestrebte Zielzustand und wir haben unser Standard-Coaching-Blatt auch verwendet. Ich habe meine Mappe dabei, also wer es interessiert, kann ich nachher nachlesen, wie viele Schritte ich alles gemacht habe, um dem Zielzustand näher zu kommen. Der Ablauf ist wie bei allen Coaching-Prozessen ganz wichtig, haben wir auch hier eingehalten, zunächst einmal die Richtung zu verstehen, den Ist-Zustand sehen, den Zielzustand entwickeln und mit PDCA's dann diesen Zielzustand zu nähern. Die Orientierung. Wir haben uns schon vor einigen Jahren jetzt den Lien-Nordstern formuliert für das Werk mit null Federn, null Verschwendung, null Arbeitsunfällen und ein Stück Fluss. Das haben wir nochmal ein bisschen konkretisiert in der Vision, dass wir 100% Kunden und Flussorientierung in vier Fabriken realisieren wollen. Aus dieser Vision wiederum haben wir eine Herausforderung formuliert für 2015. Eine konsequente Segmentierung, die im Herstellungsprozess unabhängig von anderen Bereichen und durchgängig ist. Wie sieht das, wie soll das aussehen? Kurze Grafik. Wie gesagt, hier das Gesamtwerk Weißenhorn dargestellt in vier Bereiche, die den Gesamtfertigungsprozess verantworten und eigenständig unterwegs sind, vom Wareneingang bis zur Übergabe in den Versandbereich. Nachdem wir die Herausforderung so formuliert hatten, haben wir uns natürlich den Istzustand angeschaut. Momentan haben wir fünf Segmente, die nicht unabhängig und nicht durchgängig sind. Sieht nämlich so aus. Also fünf Segmente und gerade, man sieht es sehr deutlich an der Pulverbeschichtungsanlage, die eine Abteilung ist mit zwei Anlagen, aber als eine Einheit die anderen Segmente mit versorgt. So ist der Stahlbau, hier die rote Entfertigungsbereiche von der Pulverbeschichtung, die in einem anderen Segment ist, abhängig. Also sie sind nicht unabhängig. Genauso wenig ist der Aluminiumbereich und auch das Gerüst nicht durchgängig verantwortlich, weil sie auch von anderen abhängen. Nachdem der Zielzustand für uns jetzt klar ist, haben wir einen Zielzustand für 2012 formuliert. Also was wollen wir bis Ende des Jahres erreicht haben? Und das war das Ziel, eine konsequente organisatorische Segmentierung. Also wir wollen noch keine Maschinen versetzen und wir wollen noch keine riesen Umbaumaßnahmen machen, sondern rein die organisatorische Zuordnung in diese Richtung der vier Segmente. Soll so aussehen, genau das gleiche Bild wie bei dem Ist-Zustand, mit dem Unterschied, dass Aluminium und Stahlbau zusammengeführt wird. Damit haben wir von fünf auf vier realisiert und die Pulverbeschichtungsabteilung sozusagen aufgeteilt wird mit je einer Anlage im Stahlbau und eine Anlage für den Bereich Rahmen. Diesen Zustand mit sämtlichen Herleitungen, genau die Folien, die ich jetzt hier auch gezeigt habe, haben wir, bevor wir mit dem PDCA begonnen haben, der gesamten Führungsmannschaft, dem Betriebsrat, dem Personalabteilung und auch der Geschäftsführung vorgestellt, ohne dass ich genau jetzt schon sagen kann, wie die Organisation aussieht. Also weder ein Organigramm noch Namen in dem Organigramm, sondern nur, da wollen wir hin. Das haben wir, wie gesagt, vorgestellt und dann erst mit den PDCA-Zyklen begonnen. Also Ist-Zustand 2012, wir wollen am Ende des Jahres den Zielzustand erreichen. Das Erste, was man macht, man guckt sich halt an, wir wollen von oben herunter die Segmentleiter zunächst mal neu besetzen. Da war auch schon mein erstes Hindernis, weil von fünf auf vier, würde man sagen, ist ganz einfach, muss nur einer einen anderen Job machen. Leider hat sich herausgestellt, dass mir zwei Segmentleiter abgebrochen sind oder weggebrochen sind und ich damit eine offene Stelle hatte, die ich natürlich überhaupt nicht im Fokus hatte. Und mit viel Aufwand mit Personalabteilung, interner Stellenausschreibung, Kandidateninterviews und Motivationsgespräche haben wir auch einen geeigneten gefunden, der dann auch dieses Segment, was frei wurde, übernimmt. Dann kam auf dem weiteren Weg ein nächstes Hindernis. Natürlich haben wir vorher, bevor wir das verkünden, abgeklärt mit der Technik, gibt es irgendwelche Probleme, wenn wir die Pulverbeschichtung trennen und die Anlagen separieren. Und das hieß natürlich, gar kein Problem, alles sofort machbar. Wir haben hier dann doch Bemerkungen bekommen, dass es Qualitätseinschränkungen gibt. Das hat uns natürlich gezwungen, dass wir dem nachgehen und mir natürlich zuerst einmal analysiert haben, wo kommen diese denn her. Und es hat sich herausgestellt, dass die Qualitätseinschränkungen sicherlich da sind, aber ganz leicht gelöst werden können, indem wir die beiden Anlagen einfach nur tauschen. Also die Zuordnung, die wir uns vorgenommen hatten, mit der einen Anlage zum Stahlbau und die andere zum Rahmen, haben wir nur getauscht. Und damit war das Problem gelöst. Und ein weiteres Hindernis war, dass die Mannschaft der Aluminiumabteilung nicht zum Stahlbau wollte. Die wollten also, haben sich beklagt und ich habe halt gedacht, naja, die wollen sich jetzt nur irgendwie wehren gegen diese Organisationsänderung. Nachdem ich aber genauer hingeschaut hatte und mich mit den Leuten unterhalten habe, kam halt schon raus, dass es tatsächlich sinnvoller ist, wenn die Aluminiumabteilung zum Gerüst wandert, weil die Hauptteile, die die dort herstellen, mittlerweile sich von den lackierten Teilen zu den unlackierten Teilen verschoben hat und so tatsächlich der Hinweis sogar berechtigt war. Das heißt, an der Stelle habe ich im Zielzustand schon eine Lösung formuliert gehabt, die jetzt nicht lösungsfrei war. Das hat sich also hier herausgestellt. Das sind nur drei Beispiele, es sind natürlich noch einige mehr Hindernisse gewesen auf dem Weg zum Zielzustand. Wir sind jetzt soweit, dass wir die Organisation soweit stehen haben mit den Segmentleitern, den Meistern und den Teamleitern. Wir müssen also jetzt noch die lästlichen Wochen die Personalien noch zuordnen, also die Mannschaft zuordnen und dann dieses endgültige Organigramm dann auch wieder in der Fertigung in der Firma präsentieren und verbreiten. So, Anwendbarkeit der Charta, Verbesserungskarta. Die Verbesserungskarta fördert das strukturierte Vorgehen eins nach dem anderen. Gerade am Beispiel der Stellenbesetzung von oben runter, weil natürlich jeder leitende Funktion die nächste Ebene mitgestalten soll. Das hat sehr geholfen. Mit den täglichen kleinen Schritten bleibt das Projekt nicht liegen. Sonstige strategische Projekte verschwinden gern mal für ein paar Wochen in der Schublade, wenn andere Dinge wichtiger sind. Die Mappe liegt bei mir immer auf dem Schreibtisch, sodass ich es wirklich nicht vergesse und täglich daran arbeite. Die schnelle Reaktion auf überraschend auftretende Hindernisse. Gerade das Beispiel mit der Qualitätseinschränkung, die hier aufgetreten ist oder die Vermutung zumindest, konnte konsequent bearbeitet werden und wir haben auch eine Lösung gefunden. Der tägliche Rhythmus ist schwierig. Bei Abhängigkeiten von Dritten. Gerade Personalabteilung, die bis jetzt mit der ganzen Kater-Thematik noch gar keine Erfahrung und gar keine Kenntnisse hat, hat sich schwer getan, einen täglichen Schritt mit mir zu gehen, sondern das hat halt alles ein bisschen länger gedauert. Zur Coaching-Kater. Wie gesagt, ich war ja als Mentee in diesem Projekt, der Werksleiter war ja mein Coach. Der Vorgesetzte ist täglich informiert und kann Einfluss nehmen. Jeder Schritt, den man geht, wird also auch von seinem Vorgesetzten sozusagen unterstützt und so geht man keinen Irrweg. Die Vermeidung von Steuerkreisen und Steuerkreissitzungen und deren Vorbereitung. Also das ist sehr effizient, weil jeder weiß, wenn man mal drei Leute zusammen an einen Tisch kriegen will, das ist schon schwierig genug. Wenn man es dann endlich geschafft hat, hat man keinen Besprechungsraum. Das kann man hier also vermeiden und dementsprechend ist das sehr effizient. Die Entscheidungen werden leichter getroffen, weil die Herleitung miterlebt wurde. Also der Werksleiter, der natürlich die Entscheidung schlussendlich trifft, ob man und wie man diese Organisation umsetzt, ist bei einem ganzen Weg dabei und muss nachher nicht nochmal hinterfragen. Von daher fallen die Entscheidungen wirklich leichter. So, noch meine Lessons learned. Personen, die mit der Charta nicht vertraut sind, zeigen eher ablehnende Haltung. Wie gesagt, Beispiel der Personalabteilung, das zeigt mir nur, wir müssen diese Kenntnisse, dieses Prinzip noch mehr verbreiten, dass wirklich alle verstehen, wie die Charta funktioniert und es dadurch eben nicht zu Behinderungen kommt. Eine frühe Kommunikation des Zielzustandes verursacht natürlich auch Unsicherungen in der Belegschaft. Deswegen kommen dann auch solche Äußerungen wie, es gibt Qualitätsprobleme und so weiter. Nichtsdestotrotz sehe ich als Vorteil die Veröffentlichung der Herleitung des Zielzustandes über die Vision und die Herausforderung, weil die Belegschaft sich dann mit dem Thema identifizieren kann und auch mitwirken kann. Wie man am Beispiel von der Aluminiumfertigung sieht, die haben sich nicht gewehrt, sondern sie haben mitgedacht und haben sinnvoll entschieden, dass es besser sei, zum Gerüst zugeordnet zu sein. Die Dokumentation der Schritte im Coachingblatt hilft beim Nachvollziehen der Erkenntnisse. In jedem strategischen Projekt kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, warum haben wir das damals nochmal so entschieden und weil es hier in meiner Mappe dokumentiert ist, kann man auch selber nochmal nachlesen, das war das Thema und deswegen haben wir es heute so entschieden. Das lässt sich dann leichter nachvollziehen, als wenn diese Dokumentation nicht so lückenlos ist. Bei der Anwendung erfahren der Mentee und der Coach ähnliche Erfolgserlebnisse wie bei der Anwendung in der Fertigung. Also hier sind wir wirklich mit dem Ergebnis rausgekommen, ja, das begeistert. Wir kommen wirklich zu einem Zielzustand, wo wir noch gar nicht wussten, wie wir den erreichen sollten und das macht eben Mut zum Weitermachen. Und zum Schluss mit dem Kaderansatz werden eher herausfordernde Ziele vereinbart und terminiert. Ansonsten gibt es gerade bei strategischen Projekten oft die Situation, dass man sich überlegt, wir möchten zwar dahin, aber was kann ich denn wirklich realistisch erreichen und bleibt dann eher in der Komfortzone mit dem offenen Ansatz. Wir wissen noch nicht, wie wir es erreichen, aber wir legen uns die Latte sehr hoch, geht man also offener mit einem Zielzustand um. Fazit für mich, die Kader funktioniert auch bei strategischen Projekten, vorausgesetzt sie sind herausfordernd, lösungsfrei und lösbar und wir haben auch schon, oder wir bearbeiten auch schon weitere strategische Projekte mit der Kader und wollen das auch weiterhin etablieren. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.